Hallo liebe Sänger, mein Name ist Ekaterina Kadakova, ich bin Opernsängerin, Vocal und Präsentationscoach. Ich möchte mit Ihnen ein Gedanke teilen. Ich habe bemerkt, dass ganz viele Sänger, besonders diejenigen, die am Anfang stehen und jetzt gerade anfangen Gesangstechnik zu lernen, machen ganz viele unmögliche Sachen mit der Zunge. Entweder ruht sie nach hinten oder es steht sie in der Mitte oder sie machen irgendeine komische Manövre, wo ich mir manchmal denke, wie geht das denn? Es geht aber ganz locker, weil die Sänger nicht aufpassen, was sie mit der Zunge machen. Deshalb möchte ich sie aufmerksam darauf machen. Warum? Die Zunge ist ein sehr wichtiger Teil vom Ansatzrohr und die Zunge beeinflusst wirklich enorm die Klangproduktion. Wenn die Zunge richtig funktioniert, wenn sie, wenn sie an dem richtigen Platz bei jedem Vokal und jedem Konsonant liegt, dann klingt die Stimme klarer, sie hat einen bestimmten Glanz und vor allem sie bemühen sich überhaupt nicht um den Text deutlich raus zu bekommen. Deshalb möchte ich ihnen zwei Übungen zeigen, die ich besonders gut finde. Die erste Übung geht so. Wir nehmen jetzt die fünf Töne 5 4 3 2 1 und singen darauf folgende Silben bla 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 und dann die bla 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 diese kombination bl aktiviert er zwölfeln zeigen sie sagen sie es paar mal merken sie wie das zwölfel sofort mit diesen kleinen präzisen impulsen reagiert und dann au und die kombination blei 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 was dabei wichtig ist versuchen sie jedes mal besonders im schnellen tempo an den gleichen punkt zu bringen blei 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 sie soll hinter den oberen zehen anschlagen die zunge blei 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 dabei versuchen sie auch nicht zu viel bewegen mit dem mund machen zu machen vergessen sie es nicht je mehr sie mit dem mund machen und mit dem mund die worte aussprechen desto weniger kommt das raus die zunge soll besser arbeiten damit sie auch besseren klang und die textverständlichkeit produzieren können und auch was ist dabei wichtig wenn sie die töne von oben nach unten denken dann kann die intonation darunter leiden deshalb denken sie immer geradeaus blei 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 immer geradeaus obwohl die töne hoch und unten sind ja hohen und unten sind genau immer nach vorne denken und je höher sie gehen desto desto mehr platz brauchen sie und passen sie bitte auf dass sie den kiefer nicht festhalten besonders bei der zweiten übung sie geht nämlich so wir nehmen die drei töne diesmal fünf drei eins und singen darauf little 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 das wort little das englische wort little und versuchen sie es genauso aktiv wie mit bleibt zu sagen little 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 so ist bei dieser übung müssen sie aufpassen dass der kiefer wirklich locker ist und sie nicht mit dem und den mit dem unteren kiefer irgendwie so noch dazu geben und noch 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 mehr drücken ja sehr leicht der kiefer ist locker sie sind immer nach vorne und versuchen mit der zunge richtig gut zu artikulieren bei der wiederholung besonders sollte zum an den gleichen platz den gleichen platz finden little 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 und so werden sie auch merken wie ihr stimme nach außen kommt sie wird klar und glänzender das ist sehr wichtig weil von der zunge hängen auch ganz viele obertöne wenn sie zu diesen übungen fragen haben stellen sie sie ich beantworte sie sehr gerne wenn sie meine tipps und tricks und meine videos gut finden ich werde mich so sehr auf ihr likes freuen sie motivieren mich auch für sie weitere tipps zu geben und diese videos zu machen wenn sie individuelle unterstützung brauchen in der beschreibung zu diesem video finden sie auch den link zu meiner online schule ich wünsche ihnen ganz viel spaß bei diesen übungen tschau